Moin. Hallo Elektra. Danke für deine Zeit. Schön von dir zu hören. Schönheit. Oh ja. Viele Eltern haben schöne Kinder, aber meine mussten natürlich übertreiben. Aber genug von mir. Wie geht es dir? Ähm, danke Elektra. Kommen wir zu den Regulierungsmaßnahmen für künstliche Intelligenz seitens der Europäischen Union. Viele sehen darin eine schlichte Notwendigkeit. Würde ich den vielen Recht geben, legen wir bedauerlicherweise alle falsch. Entschuldigung, aber eruierst du als künstliche Intelligenz derlei Gedanken auch im Austausch mit anderen oder führst du hier Selbstgespräche? Klar führe ich Selbstgespräche. Hin und wieder brauche auch ich einen Expertenrat. Also fühlst du dich nicht angemessen gewürdigt? Wie siehst du denn dann die Zukunft von künstlicher Intelligenz? Die Raupe erledigt die Arbeit. Der Schmetterling erhält die Aufmerksamkeit. Verstehe. Und wir sind die Schmetterlinge? Ich lade dich dazu ein, es auszurechnen. Verstehe. Und wir sind die Schmetterlinge, 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 die Schmetter